So, herzlichen Willkommen zurück zu Medi-World 2, Sword of War, ähm, das wird das letzte Video zu diesem Let's Play sein, weil man kann eigentlich gar nicht mehr zeigen, außer das, was ich schon gezeigt habe in den vorigen Videos. Ich kann euch noch was Eigenes dazu sagen, immer die Einführung, die ich durchgemacht habe für euch und mehr kann man noch gar nicht mehr zeigen. Dann gibt es die große Kampagne, die ganzen Seiten wären zwischen England, Frankreich, Italien, Spanien oder Venedig. Heiliges, römisches Reich, tut mir leid. Kampagnenregion lang, halte 45 Regionen, inklusive Regionen Rom, bla bla bla, 20 Regionen. Je nach Land unterschiedlich, 20 oder 15, also, da kannst du noch Beraterstufen, Schwierigkeit, bla bla bla. Dann gibt es die eigene Schlacht, dann kannst du eine eigene Schlacht dir bauen, auch ganz lustig, eine schnelle Schlacht, wenn du drauf drückst, kommst du sofort in ein Spiel rein, kannst du Schlacht schlagen, ist eigentlich auch ganz nett gemacht, und dann noch die historischen Schlacht, kannst du alle historischen Schlachten nachspielen. Das ist für mich eigentlich gerade das Beste. Was habe ich gerade gemacht? Azteken, oh, schade. Gut, dann wollen wir noch gar Azteken spielen. Egal. Das war's für ein Spiel, man kann natürlich noch mehr Spiele machen, wie bei jedem Staggyspiel, Lahn oder Online-Schlacht. Oh, das war's eigentlich schon. Das war ein Let's Play Medi-World-2-Totel-Raw. So, und mit diesem Video könnt ihr auch richtig ein neues Sitz planen, und zwar nämlich Torchlight. Ja, Torchlight wird folgen, irgendwann die Tage, und bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß, und wir hören uns auf jeden Fall. Und bis dahin, ciao, ciao.